Herzlich willkommen, mein Name ist Dr. Christian Steingesser, ich bin Unfallchirurg und Orthopäde. Sie sehen hier den dritten Teil der Videoserie zum Thema Gesundheitskompetenz, basierend auf den 20 häufigsten Fragen, die Patienten mir stellen. Es geht darum, Ihnen einfach Wissen an die Hand zu geben, um für sich gesundheitlich gute Entscheidungen zu treffen. Wie gesagt, heute der dritte Teil mit der dritten Frage. Und die lautet, haben eigentlich Salben bei Gelenkverletzungen irgendeine Wirkung? Da geht es vor allen Dingen um Sportverletzungen, also wenn man sich den Fuß verstaucht, aber auch wenn man so ein bisschen Verschleiß im Sprunggelenk oder im Kniegelenk hat und dann Salbe aufträgt. Wie gesagt, nutzt die denn was oder bringt das eigentlich überhaupt nichts? Ich muss sagen, dass ich dazu auch so ein bisschen ambivalente Einstellungen hatte. Eher in Richtung, das bringt eher nichts. Kommt eigentlich nicht so sehr darauf an, was da in der Salbe drin ist. Hauptsache man schmiert irgendwas drauf und dann ist das ein bisschen auch so ein Placebo-Effekt. Das heißt, weil man denkt, es bringt was, es nutzt was, die Salbe, dann wirkt sie auch. Aber ganz so ist es nicht. Ich habe mal die, ja, für diese Fragestellung wichtigen und guten Studien mir angeschaut. In der Cochrane Library, das ist ein Institut, ein unabhängiges Institut, was sich mit evidenzbasierter Medizin beschäftigt. Das heißt, diese Menschen versuchen oder diese Menschen gucken sich Studien, die Studienlage zu bestimmten Themen an, suchen alle Studien weltweit raus, die qualitativ gut sind, hochwertig sind und eine Aussage zu diesem Thema machen. Und bezüglich der Salbenanwendung bei Gelenkverletzungen gibt es solch eine Aussage von dieser Cochrane Library. Da sind ungefähr 8000 Patienten eingeflossen. Also die haben Studien untersucht mit insgesamt 8000 Patienten. Und diese Studien sollen möglichst aussagekräftig sein, möglichst sogenannte Doppelblindstudien sein. Das heißt, weder der Patient noch der Untersucher wissen, ob in der Salbe, die jetzt zur Anwendung kommt, ein Wirkstoff drin ist oder nicht. Und dann guckt man einfach, sind die Salben, in denen ein bestimmter Wirkstoff drin ist, wirksamer als andere Salben, in denen überhaupt kein Wirkstoff vorhanden ist. Dabei kam raus, dass insbesondere bei zwei Inhaltsstoffen, nämlich Diclofenac, was die meisten kennen, denke ich, und Ketoprofen, dass bei diesen zwei Wirkstoffen sich eine signifikante, also wirklich eine nachgewiesene Wirkung der Salbe bei Gelenkschmerzen, bei Gelenkverletzungen bei Patientinnen zeigt. Also, man kann die Frage schon mit Ja beantworten. Bestimmte Salben mit bestimmten Wirkstoffen haben eine schmerzlindernde Wirkung bei Gelenkverletzungen oder überhaupt bei Gelenkschmerzen. Wenn Sie sich noch weitere Videos zum Thema Gesundheitskompetenz anschauen wollen, dann gehen Sie am besten auf die entsprechende Playlist in meinem YouTube-Kanal. Gelenkverletzungen Gelenkverletzungen